Hallo liebe 96-Fans, wir melden uns nach langer Zeit mal wieder von der MKA, denn wir haben einen neuen Cheftrainer. Kenan Kocak hat gestern seinen Vertrag bei Hannover 96 unterschrieben. Heute standen für ihn die ersten beiden Übungseinheiten mit unserer Mannschaft auf dem Programm und wie das aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Musik 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 Das war's. Ja, liebe 96-Fans, das war der erste Trainingstag von unserem neuen Cheftrainer Kenan Kotschak. Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, hat unser neuer Coach noch gar nicht groß ins Geschehen eingegriffen, sondern wollte den Tag erstmal nutzen, hat die Einheiten seinen Co-Trainern überlassen und sich erstmal einen Überblick verschafft und wird dann die nächsten Tage natürlich das Ruder übernehmen und dann sind wir bald auch wieder für euch vor Ort an der Mehrkampfanlage. Bis dahin, macht's gut, ciao!